Ja Leute, ich würde sagen, es geht jetzt gleich los hier mit Fall Guys. Ich würde sagen, wir begrüßen jetzt erstmal die Collegian. Hört man die schon? Ich weiß es nicht. Hey, was geht ab? Seid ihr da? Presse. Hallöchen. Alles klar. Ja gut, den Tipp, der uns unser Bruder gegeben hat. Also Leute, wir zocken heute zusammen in der Crew, beziehungsweise mit der Crew. Fall Guys Championship. Mal gucken, wer am meisten von uns ins Finale kommt. Mit dabei ist Asuti. Einmal Applaus für Asuti. Alles klar. Jetzt der Nächste. Einmal Applaus für Valentino. Ruffy ist natürlich auch am Start. Einmal Applaus. Sehr gut. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Habt ihr euch schon alle gegenseitig geedit? Wie sieht das aus? Könnt ihr mich da irgendwie einladen? Guck mal, das Ding ist mein Charakter, ist fast genauso fett wie ich, ne? Oh, das ist vielleicht einfach sein Charakter, der Ding. Hä, ich hab doch mich damit beleidigt. Ja, aber nein, du hast gesagt, der ist fast so fett wie ich. Also du würdest sagen, dass er genauso fett ist wie du. Das ist ja schon ein Beleidigung, so fett zu sein wie du. Ich sag dazu nichts, ey. Okay Leute, let's go. Es geht los. Meisterschaft beginnt. Verpiss dich. Ey, warum sind die alle so fett? Ey, die sind alle voll... Herr Asuti, die sind irgendwie alle voll gut geworden. Ja, weil es keine Bots mehr sind. Weil ich bin jetzt mit meinem richtigen Account drin. Wie meinst du? Ich hatte ja gestern einen Fake-Account drin. Welcher Fake-Account? Also, ich hab mir einfach einen neuen erstellt. Da waren so nicht gute Spieler, weil... Gestern meinst du, hast du dir einen neuen gestellt? Ja, also vorgestern. Gestern, vorgestern, ja. Das ist ja jetzt mein richtiger Account. Achso, du hast schon früher Folgegeist gehabt, oder was? Ja, aber auch Fortnite, Affix. Ich hab mich mit meinem richtigen Affix-Account eingezweckt. Eingewalt. Ja, okay Leute, ich sag euch so, wie es ist. Wir gewinnen das jetzt. Mein Gott, mein Gott. Ach du Gott, verdammter Hunde-Banane. Ich glaube, ich werde Zweiter. Scheiße, weißt du? Zweiter ist egal, ich will hauptsache weiterkommen. Hä, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich einmal einen Vollgeist-Doppelsprunge machen kann, Digga-Man. Warum fall ich jetzt hier runter wie so ein Fett-Fett? Man konnte doch mal einen Vollgeist-Doppelsprünge machen. Nein, noch nie. Als ich alleine gespielt habe, konnte ich Doppelsprünge machen. Man, so, aber noch nie. Mit Vier-Eck. Was? Sprünge unter ein Vier-Eck. Wie springen wir unter ein Vier-Eck? Ach, du meinst den Dash, ja, Vier-Eck. Aber geh mal lieber rein, sonst schaffst du es gleich nicht mehr. Aber es kommt gleich in der Horde, dann bist du da gefängt. Mal, komm, die gehen alle rein. Einfach fett, fett, Bruder. Komm, wir schaffen es. Wir holen uns den Sieg, Leute, wir holen uns den Sieg. Ich weiß nicht, ob ich erst mal letzter bin, oder? Oder ob dieser Weg falsch ist, um ehrlich zu sein. Oh mein Gott, erzielte Punkte, was muss ich holen? Punkte, einfach ein Reifen springen. Hier ist oben deine Punkte. Bruder, ich hab das nicht gecheckt. Oh mein Gott. Scheiße. Ich hab's gar nicht gewusst. Bruder, das sind voll viele, ne? Um ehrlich zu sein. Die Goldenen geben aber mehr. Und das sagst du mir jetzt erst? Das ist das Prinzip. Das sind doch noch genug. Du hättest doch wieder reifen können schon. Raffi, wie viel hast du? Äh, 23. Jetzt 25, ne, 26 jetzt. Ich hab auch ein paar. Ich hab 25. Jetzt bei 27, 28. Ich bin tot. Ich hab ja gar nichts. Wie mehr ist denn? Äh, dann hast du auch schon 26. Ist auch schon gut. Wie gut? Aber warum ist noch niemand qualifiziert? Weil jetzt Ersten reinkommen. Ich glaub, weil die auch alle verkacken, oder? Kann das sein? Ich bin jetzt drinne. Letzter Reifen. Ich bin auch qualifiziert. Dauer, bist du noch weiter? Ja, klar. Bin ich so schlecht, wie du? Also, hä? Ich bin immer... Okay, du wirst sehen, was ich jetzt mit dir machen werde. Wie geht das? Was muss man machen? Was ist das? Was? Du bist da rein? Oh mein Gott, das ist mit Teleportation. Du musst ja immer die Tele... Ja, aber das ist so schwer. Du musst immer den richtigen fassen. Ja, und immer wenn du die falsch machst, dann kommst du wieder zurück. Richtig blöd. Oh mein Gott, what the fuck, Junge. Kann man nur verlieren. Okay, wo ist jetzt der Gelb? Yo, was? Woher soll man das wissen jetzt, zum Beispiel? Man kann beim Gelben wieder zurückkommen, ne? Scheiße. Scheiße, Digga. Ich bin auch komplett weg. Ey, beim Gamen, wo seid ihr rein? Gib mir ein bisschen Tipps, ja? Warte, ich sag's dir, Jamo. Jamo, links, links, ja, da links, ja, genau da. Nee, ich glaub ein weiter, oder? Hier weiß ich, aber hier weiß ich nicht. Okay, jetzt hier, 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 rechts. Ja, hier rein. Ja, du bist beim C. Oh mein Gott, ich war letzter. Oh mein Gott, ich war letzter, Digga. Ich glaub, was ich dir gesagt hab, du Kleiderwixer. Ey, Bruder, das ist voll böse, dieses Spiel, Digga, Mann. Let's go, der Ase, wir gewinnen das Ding hier, ich weiß es. Ach, du dummer Schuh. Oh mein Gott, es kommen nur neun Leute weiter. Ah, du Kleiderbachstartensohn. Komm, 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 komm. Ich bin wirklich zu fett. Oh mein Gott, nein, Javu ist vor mir, nein. Verpiss dich, Inchah Allah, kommst du raus. Nein, Javu, geh weg, bitte. Bitte, Javu, nein. Nein, nein, ey, 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 ey. Junge, guck, 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 guck. Ah, ja, ja, das ist wie gestern, das ist wie gestern, stimmt, stimmt, stimmt. Finale. Scheiße, er ist der neunte. Nein, komm ich nicht, komm ich weiter, ich komm nicht weiter. Bitte nicht, bitte nicht, Inchah Allah. Ja! Ich warte jetzt. Ja! Komm, komm, Javu stimmt, hör auf, die Leute zu schubsen, die Gehirn. Oh mein Gott, hör auf. Er macht sich so fein, da, Alter. Oder bei, wenn, oh mein Gott. Komm, Javu, du weißt, was Ding ist, Javu, du redest mal auf, wie du spielst, oder? Nein! Mann, Digga, also wirklich, das war ja auch einfach dumm, Digga. Seid ihr alle tot? Naja, weg hier. Scheiß drauf, Digga. Mann, Digga. Bis zum nächsten Mal.